ich hab nur einander klarinette ich bin da seid ihr alle sind ja schon da er wieder mit seinem komischen kopf und wie heißt der typ noch ich verfolge ich verfolge nicht so irgendwie so wie so ein schimpfwort von michael bulli herbig wenn er seine seine homo parodie macht ich hab nur dein speed runter gestellt aber hast du auch selber schon da 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 ach so wer ist überhaupt mal wer ist mal wer ist okay ich gehe aufs klo wo ist licht hier ist schlicht ach nee ist ja besetzt so ach da hast du mich tatsächlich gerade gesucht wo ist er denn verdammt wo ist er denn hin bist du hier drin au iwi lass das ich bin doch die freund sie schießt auf mich weißt du auf sie er ist ein schaf da musste sie sein bernie spielst du mit ach yvonne war schon tot ja yvonne war schon tot und ich wusste dass esberger sein muss weil du mich am klo nicht erschossen hast ja das ist ja ne tolle aussage ich war ja auch noch da da überlebst du mal das kacken gehen und schon weißt du wer hier der verletzte ist ach bernie weißt du noch der donnerball oh ja oh jo der gruppen donnerball ähm aufnahme okay ja kinder kann jetzt ein bisschen schwul rüberkommen mhg 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 die folge muss ich dann erst nachts hochladen wa und fsk 18 runterschreiben auf jeden fall natürlich nehm ich auf ja sicher nehm dir Aut er hat was er wie er hat Aua im klo ich hab noch kein Aua ich auch kein Aua er hat Aua halt noch hab ich kein Aua still alive du was ist tut ihr live Es tut ihm live Live ist live Man schießt auf mich Okay, okay Ich dachte, du bist Belgier Boah, das ist eine Beleidigung Ich finde das auch nicht in Ordnung Ich dachte, du bist Belgier Weißt du, du hast den Kampf Achso, okay, jetzt Jetzt hat sie es verstanden Sorry Das ist wirklich eigentlich Belgier hat eine Ahnung, wo ich bin Das weiß ich auch nicht Ich bin ein Jumpscare Ich habe Angst Ah, Belgier schießt auf mich Auf mich auch Auf mich auch Ich habe Angst Ach, da hinten Au Du bist tot, oder was? Er ist ein Rennauto Er läuft auf Hochtouren, du merkst du das? Immer, es ist Belgier Belgier ist Das ist ein Ladyboy Davon gibt es hier ganz viele in Thailand Was? Das war jetzt aus Fuck you, good dad Achso Achso, ja, ja Davon gibt es ganz viele in Thailand Ist das nicht mit Ist das Entschuldigung, sind Sie eine Nutte? Wie bitte? Nee Oder nee, guck mal eine Nutte Wie bitte? Ich habe den erst einmal geguckt Ich habe den auch noch einmal geguckt Ganz schlimm, ich habe den nur einmal geguckt Sonst gucke ich alle Filme, die gefallen zweimal So, ich kann es ja mittlerweile nicht mehr sein, ne? Nein, also doch, du kannst es noch mal sein Ja, ich könnte, aber ich bin jetzt ja nicht mehr Sagt wer? Sag ich jetzt Weil dreimal, wie viel ist das jetzt? Dritte, ne? Das wäre jetzt das dritte Mal Kann ja nicht sein Du bist es Jetzt hätte ich ja auch schon Jivi, guck mal, Jivi ist ja gar nicht hier Da hätte ich dich schon lange erschossen Also entweder bist du das Ich weiß, dass ich dich vielleicht ziehen könnte Bitte, was? Äh, du weißt schon, dass Belger aufnimmt Ja Siehste, siehste Ich bin's Das gibt's ja gar nicht Ich habe doch Angst vor Belger Muhaha Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Warum? Das habe ich mich auch gefragt. Dreimal hintereinander ist so viel Karma, kann er gar nicht verbraucht haben. Karma, 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 Karma. Jetzt ist meine Karma da unten gegangen, weil ich Yvonne angeschossen habe. Und Yvonne einfach random auf, wie alles geht es. Erleichtert mir ja nur meinen Job. Ich dachte, das ist eigentlich so eng. Das habe ich auch lieb. Zweimal, ne? Geh weg von mir, geh weg von mir! Warum hast du eigentlich die Rückkamera an? Siehste, jetzt bin ich es nicht, Yannis ist direkt hinter uns und der schießt gleich die ganze Reihe. Ich bin ja, deswegen bin ich es. Klar. Jetzt ist Yvi das, ich sag dir das. Ich auch. Und jetzt random ich gleich mal hier durch. Au! Siehste? Mann! Ja, das war's. Na gut. Ich muss den Scheiß öfter spielen, ey. Ich hab Yannis erschossen. Sehr gut, sehr gut. Hast du ganz fein gemacht. Feinig, feinig, feinig. Wie komm ich jetzt ein Leckerli? Warte. Ne, aber ich streichel dir gleich den Kopf. Oh! Ähm. Mit Pfeilen. Ja, ich bin auch noch da, falls jemand interessiert. Ich hab auch ein Schwert. Könnte ich auch die... Naja. Ja, das ist so. Ja, ich bin wirklich auch noch da. Du bist noch da? Ja. Versteh ich nicht. Nach den Witzen, die wir über dich gemacht haben, dass du noch da wirst. Oh mein Gott. Ich brech ab. Mag das nicht, wenn ein Belgier mich verfolgt. Ich mag das nicht. Nicht? Okay. Nee. Was? Nur, weil ich hinter dir bin? Warum stöhnst du so, Schatz? Ich dachte. Alter, du bist ja ein... Du gehst ja Maschinengewehr durch hier, was? Janne ist eine Maschinengewehr. Ich kann nicht. Eine Maschinengewehr. Oh, eine Maschine. Okay. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin doch kein... Ja, daher darf ich das wieder nicht monetarisieren, weil da angeblich Gesangstext drin ist. Du darfst ja einiges nicht mehr monetarisieren. Ja, bloß auch. Du darfst nicht mehr monetarisieren. Was? Warte mal, wir machen mal einen Test. Titten. Ich gebe dem Video drei Wochen. Ja, aber wir würden jetzt nicht die Aufnahme für Sau nicht nennen, das wäre ja auch... Tee, scheiße, wie ein Sau, Alter! Ich mag es ja gar nicht. Was? Die stehen einfach nicht. Hallo, ich bin auch da. Ich kann euch beide angucken, obwohl ich in der Mitte stehe. Jetzt muss ich mich entscheiden. Wer ist es, sagst du? Ich gehe weg. Dann ist Janis es und dann kannst du loslegen. Das war vielleicht zu früh. Ah, schade. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich fünfmal Trader war? Ja, ich war einmal und ich wollte, glaube ich, gar nicht. Nee, ich war noch nie Trader. Das sollte sich mal dringend ändern. Ich bin ein braves Mädchen. Ich glaube, der hat da wirklich an der Konsole rumgespielt. Ich kann nicht. So schnell tippen kann ich gar nicht. Man sieht es ja auch im Video, dass ich nichts mache. So sehen wir das dann im Video, dass du nichts machst. Ja. Außer deinen Ruf kaputt machen. Hauptsache Alessio geht es gut. Ja, genau. Deswegen gehe ich immer an die Hauptsache, ne? Ja. Mahlzeit. Danke. Bitte, machen Sie die Lüfte an. Das ist, weil da ist Günther. Und die Tät. Günther. Das steckt mich. Hallo. Hallo. Gibt es das hier? Angst. Param, 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 param. Iwi, komm mal bitte hoch. Ich habe Angst wegen Jannis. Ich habe Angst vor euch. Toll. Ich gegen Jannis. Super. Ach, deswegen geht STRG Z nicht. Hier hast du Scheiß. Jannis, soll ich rein random? Iwi hat Angst. Ja. Ich auch. Du bist es. Leichtes Ausschlussverfahren. Jannis hat die Hosen voll, neben dem Klo. Im Zweifelsfall immer gegen den Angeklagten. Ich dachte, mach viel. Gegen was? Lieber auf dem Server. Ach so. Hier gelten andere Gesetze. Ja. Das ist das Internet. Internet, do your thing. Wann wollen wir eigentlich mal fertig werden mit unserem Balzritual? Ich weiß auch nicht. Ich fang mal an. Was für ein Balzritual? Leute. Ah. Er war es nicht. Wie, wie ist es? Nein, ich habe eins. Brauchst du nicht. Ich habe noch volle Herzen. Ja, supi, ne? Das kann nicht. Ein Herz. Oh, Jannis, du musst doch gleich alles versauen. Du bist tot. Das macht nichts. Ich wollte mich nicht als Lappen. Darf ich denn? Als was? Als Lappen? Ja. Ach so. Nee. Wir wissen nicht alles davon. Was? Was hat dir das jetzt gesagt, ey? Wo ist das kleine Bäng allein? Ja, oh. Da oben stand sie. Ich habe das eben nicht gesehen. Das war gut. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Gut. Er geht bitte zum Assoziaten. Ist klar. Aber alles checke ich jetzt nicht Nicht? Dachte, so eine Leine ist nur drinnen, wenn der Traitor jemanden getötet hat Ja, wobei das ist nur ein Hinweis der aber auch verkehrt sein könnte Ja, was bringt denn das? Das heißt, im Grunde genommen bringt er die Entscheidung Aber ich glaube, das ist von dem Plug-in-Macher glaube ich auch nur eine Vorbereitung, weil es auch noch einen Detektiv-Modus geben soll der dann auf diese DNA-Fetzen anspricht, quasi Und dann wird einer zufällig zum Detektiv annannt und der kann dann aus den Fetzen was machen Also in der Zeit, bis der Detektiv irgendwas rausgefunden hat, hat doch Schoko schon dreimal geschossen Ja, das außerdem So, Jiby, komm her Wenn der Detektiv ist, dann ist alles vorbei Schoko, ja, ja Schokolade Schokolade Dann ist sie nur noch Spaß Nicht hier unten Oder sie ist in der Innerei und ich hab sie nicht gesehen So ist Jannis Was? Was? Eine Innerei? Was? Da ist es mir auch gerade Ich weiß, wo sie ist Da ist sie, da oben und schießt wie eine Bescheuerte Ja, glaubt keinem, schießt einfach nicht und warte ab Bis ich stinkgetot bin, dann weiß ich es Ich stinke tot bin, was? Stinke tot! Stinke tot! Ist das, wenn du auf dem Klo sitzt, dann ist ja zu viel? Oh. Das sieht jetzt aus, das zieht noch immer ziemlich... Oh, das geht schon. Meine Maus hakt. Kommt raus, kommt raus! Sollst du ein Spiel für vier oder vier? Komm raus, komm raus, sonst glätzt ich dir die Arten aus. Ich will nicht Traitor sein, ich bin noch ein braves Mädchen. Schatz, willst du ein paar Tipps zum Traitor sein? Lüg, was das Zeug hält. Du sollst nicht sagen, dass du Traitor bist. Das ist ein guter Tipp, ja, das stimmt. Äh, ich hab doch eh nie gesagt, dass ich Traitor bin. Vorher ist ja mein Plan total gut aufgegangen, ne? Ich darf mich übrigens nicht unten in der Bar hinsetzen, weil da werde ich gekickt wegen Flying. Ist es jetzt kurios, im Flugzeug gekickt werden zu wegen Flying? Nein, das musst du, ne? Ne. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ja. Und die Freimauer, die erst mal. Puh, da. Die haben aber... Scheiße, die waren dann halt. Aber einen Scheiß haben die gemacht. Das ist wahllos. Belger, wenn du Traitor bist, er schießt mich einfach. Äh, das macht keinen Sinn. Ich bin kein Traitor, deswegen schieß ich nicht. Okay, gut, dann muss es ihm machen. Warte, warum sollte ich Belger glauben? Das weiß ich nicht. Geisteskrankheit. Das verstehe ich aber auch jetzt nicht, ne? Simon ist da! Oh Gott, wie geht denn da? Die Appen! Der Bayerische Kartoffelsack. Oh, die Schöke Kartoffelsacken. Das ist die Gell. Sie sind mit dir! Hehehe, boge. Sie ist nicht hier. Sie ist da oben, glaub ich. Ich sag, sie ist im Gepäckraum. Sie spielt gerne Koffer. Sie spielt gerne Koffer. Hallo, ich bin dein Koffer. Ich hab mich gar nicht mehr lieb! Fuck! Sie spielt gerne Koffer. Wieso hat dich jetzt gerade irgendwie... Das wäre ungefähr so sinnvoll, wie das bei Pernat durch die Galaxis, wie dieser Pottwall in Richtung der Oberfläche des Planeten rauscht. Simon, du hattest nicht mehr viel, nachdem du mich getötet hast, oder? Nee! Oh mein Gott! Ey, Belga, ich hatte recht, sie war im Gepäckraum. Ja, das ist richtig. Du hattest vollkommen recht. Und damit beende ich diese Aufnahme schon wieder. Waaah? Ja! Ja, wir haben ja schon mal ein paar Runden, ne? Also, ich wünsch dir noch ein gutes Weitergucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020